Hallo, mein Lieben. Schön, dass du heute wieder bei mir bist. Denn heute schauen wir uns gemeinsam die Marie an. Ich wurde gefragt, ob ich einen Marie gemeinsam anschauen könnte. Also kuschel dich ein, mach es dir gemütlich und sperr mir gemeinsam. Ich habe auch wieder meinen Pinsel mit dabei, den mit der Spitze, sodass ich auch tracen kann. Das ist die Marie von Februar 21, was hier ganz klein steht. Also sind wir ein bisschen hinten dran. Aber das mag nicht. Im Februar war der Weltfrauentag. Deswegen geht diese Ausgabe hier rauf. Ich habe zumindest den Cover und dem Spruch hier. In dem kann ich aber noch nicht reingeschaut. Und das wollte ich mit dir gemeinsam machen. Aber schau dir mal dieses Cover an. Okay. Jetzt ist das Licht wundervoll. Du spürst die ganzen Zeichen. Und die Haare sind strukturiert. So dass du das Gefühl hast und kannst die Haare spüren. Die Haaren und ihre Abgebung sehr gerne. Deshalb habe ich ein flauschiger, aber neutraler Hintergrund gewählt. Ich hoffe, das gefällt dir. In dieser Ausgabe finden wir den Spruch, die Stärke der Frau. Was wir wollen, was wir können, von Aktivismus bis Zyklus, Selbstliebe und Solidarität, warum wir alle Feministinnen sein sollten, von Personal Branding, Extras, Happy Easter, Hello Spring, Karten und Geschenkepapier. Da sind wir ein bisschen später an für Ostern, aber so kann man den trotzdem verwenden. Und es gibt ja auch ein extra Highlight Empowerment. So, so so deep, wenn wir ein paar Spruch Alyscenkepapierungen sind, wovon wir den Spruch, dass das etwas in den Spruch bringen kann. Die Spruch sind nicht mehr, wenn wir einen Spruch machen. Also, wir erkennen eine Spruch in den Spruch, wie wir die Spruch prefers, mit dem Spruch ist es in den Spruch. Das ist nur noch ein paar Spruch, wie wir die Spruch sind. Das ist jetzt noch ein paar Überschrechen. So, unser unser Stuch ist immer ein bisschen mehr ausgerichtlich. Und wechern wir uns hier ein paar, was wir, wenn wir nicht mehr um die Spruch werden, Was ist jetzt hier ein bisschen mehr ausgerichtet? Schau dir mal in diese Seite, total schön, mit einer kleinen Perle, mit einer Muschle. Richtig, sehr, sehr, sehr gutes Ausgaben. Schöne Aussicht, die Stärke der Frau. Ich bin zwar die erste Frau in diesem Amt, aber ich werde nicht die letzte sein, sagte Kamala Harris. Ich unterstütze sie, weil es für Männer und sogar für kleine Jungen wirklich wichtig ist, die starken und wunderbaren Frauen in ihrem Leben zu unterstützen. Da kommt es immer. Ah, hier sehen wir schon einen kleinen Sneak Peek zum Extraheft. Da ist das gleiche Cover. Die große Piepshow. Message in a Puddle. So was habe ich mir tatsächlich auch mal verlegt, so und ich finde das sieht ganz schön aus. Und da ich nicht so einen goldenen Daumen habe, glaube ich, dass die Chance, dass die Pflanzen bei mir überleben, größer ist. Und so wird es nicht so, dass die Pflanzen bei mir natürliche, weibliche Schönheit und stärker, wie der neue Duft mit Sandlholzer, Ich bin hier so entruft, drunken. And one day she discovered that she was fierce and strong and full of fire and that not even she could hold herself back because her passion burned brighter than her fears. But again, that's actually no school. So. 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 Sollte ich mir Zeit für mich selbst nehmen. Das stimmt, das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen ist das auch ganz, ganz toll, dass du dir heute Zeit nimmst, dich zu entspannen. Ich bin sehr froh, dass ich dir dabei hinbekomme. Wie bei Alice im Wunderland. Von Louis Carers Erzählungen inspiriert, feindlich, fantasievoll und verspielte den Fröhling. Ich liebe, 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 Alice im Wunderland. Das sieht sehr nachfröhlich aus. Und schau mal. Das aufgehübschte Getränk würde der Herzogin in Gewalt zu unwiderstehlich ist die fein abgestimmte Ganttour aus Rischung. Das ist ganz schön schön. Jetzt auch mal was hier gegründet. Ich liebe dich, liebe B 오랜만. Hier haben wir dich schon mal mortgage. Make it a cake. Make it a cake. Malenkorotnku. Besuch von Meister Lampe. Fröhliche Osternkanzler. Die haben wir ja das extra Heft eingelegt. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Mahatma Gandhi. Schau mal, was das für ein schönes Bild ist. Frauen. Von heute, die an morgen denken. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Hallo. Schau mal, was du معstir. Ausatmen. Dann fangen wir mal an an, dann fangen wir mal an an. Dann fangen wir an. Dann fangen wir an an. Machen wir weiter mit der Wustel-Dekoration, mit schwarz und gold und dann schön mit Max-Duckler-Kombination. Und hier haben wir hier das extra Postkarte, tierisch-feministisch von folgenden Arten. Und dann können Menschen jetzt auch noch etwas lernen, vom Orgas aus dem Elefant. Und wenn wir uns genetisch klar im Vorteil, schau mal diese alten Fotografie. Die Menschen da sahen immer so richtig gepflegt aus und hergerichtet. Jetzt frage ich mich manchmal, ob das alle waren und wie lange das Blätter wart hat, dass man fertig war. Ich bin aber auch einfach nicht so richtig gepflegt aus. Und dann sind wir die Hälfte, die Gäste die Gäste, die Gäste, die Gäste, die Gäste, die Gäste, die Gäste und die Gäste, die Gäste... Quote für oder wieder Selbstdauer und Führungspositionen zu sich umrein, das kann ein Gesetze und ein Gleichberechtigung sorgen. Das ist letztlich auch eine schwierige Frage. Einerseits kommt, andererseits sollte man nicht mehr aufgrund eines Geschlechts bevorzugt werden. Sobald haben wir jetzt keine Bouldern. Sobald haben wir jetzt keine Bouldern. Die Kohlreinheit ist ein bisschen mit der Intensiv Kohlreinheit. Oh, die Seite ist richtig gut und auch schnell. Lieber Spahn, Schluss mit Lustig. Schau mal, die Seite. Superwoman. Mütter sind die Wahnhälte der Corona-Krise, auch wenn sie sich nicht unbedingt zu fühlen. Das ist das, was sie alle erledigen. Listen, Schweine und Leid kaufen, Bügelwäsche, Roma anrufen. Geschafft, zumindest beantwortet. Das ist der Tag für das Kind. Auch du musst in dem Stück. Oder Geburtstag, zwei Jahre, kann ich sehen. Das ist ein Wischkrieg. Sehr ruhig. Das ist total besser alles. Bleeding müssen. Und dabei sich auch noch Zeit für Sie finden. Das kann manchmal eine Herausforderung sein. Hier sieht man schon Zeit für mich. Zeit für mich. Hier habe ich die Kamera als Mutter. Digitale Alten drauf. Nützliches Ende. Mit dem Smartphone lernen neue Leute kennenbehalten, die überblicken bei unserer Gesundheit und werden sicher nach Hause geleitet. V-Mate. Auf der Plattform verkaufen echte Macher eben ihre hochwertigen Produkte. Remsense. Zu der klinisch getesteten App gibt es ein Sensor-Patch, eine Einflaster, das dabei gelüftet, den Eyskuh möglichst genau zu sein. W-Guard, ein digitaler Nachhausebegleiter per GPS für der aktuelle Standort auf die Zentrale gesendet und kann auch mit Freunden geteilt werden. Mellow. Mellow. Spielplatzgruppen, Playdates, Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder einfach ein Gesprächspartner, der die gleichen Sorgen hat. In der App finden Eltern Unterstützung für jede Art. Bombe. Die App ist ursprünglich angetreten, Geschlechterklitsch ist beim Daten aufzumischen, indem Frauen den ersten Schritt machen. Jetzt findet man dort auch neue Freunde und Businesspartner. Business-Heldinnen, Gründerinnen und Selbstständige bei Business Coach Julia hat für ein nachhaltiges Online-Projekt Unterstützung beim Webdesign und ein spannendes Netzwerk. Und zuletzt haben wir verloren KI-basierte Perioden- und Opulations-Trigger mit Gesundheitsassistenten, Expertenartikel und Schwangerschaftsmodus. Auslösungssch. Kügeln nach oben. Die Kügeln. Kügeln die Sie immer als lebendige Inspirationen. Jetzt geht es um die Günstler, überall dabei. Sie startet mit dem, was ihr wollt. Jetzt geht es um die Gäste. Und jetzt ist es auch die Gäste. Ich alter eh so. Lieblich zu und heute habe ich eine Magnete probiert. Jetzt geht es um die Gäste aus, wo ihr seid dabei. Hier ist mein Frauenkreis. Okay, Frauen. Ich habe die Gönung schon gehört. Hier habe ich hier. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unterschiedliche Frauenkreis. Allein in den USA erwirtschaften Frauen mehr als 3 Millionen Dollar und zwar jährlich. Präventionsphobie, wenn die Angst vor der Darmkrebsvorsorge größer ist als die Angst vor dem Krebs. Und es gibt auch die, die oft an der Phobie die Angst angestellt werden. Auf einen Kaffee mit John. Ja, das ist John. Das ist du, denke ich auf das ich richtig ausgesprochen habe. Die Autor von Kaffee am Rande der Welt. Hast du das Buch gelesen? Ich habe das, glaube ich, schon an einem Tag gelesen. Das ist natürlich so richtig, aber irgendwie konnte ich trotzdem nicht rufen. Scheint so, als würde er hier Leserbriefe beantworten. Vomose Held. Von dem Buch habe ich schon gehört. Identity Der Sturm trompt, stellst du dir den Leve-Dieter in aller Seben Ruhe, intimste Fragen, über Sex und zum Leben. Santilla, Santilla, Santilla. Und das klingt schön. Pratschen wir im Hotel und der oder die liebste es einem Zimmer-Service. Dann schnell eine Bestellung als Universum abschicken. Einmal von Studienballком. Guck mal ein kleines Untermerhaben, Zeit für Schlafmünze, frischen Käskonig und frische Feigen, Glitzerlecker, französische Bistroleckerei oder Bacon Letters and Tomato Beer, die Klassiker aus dem Lieblingsteil. Oh, schau mal, ein Waffelnberg, bitte mit Sahne, das sieht super lecker aus, oder rühre mich an Ei mit Wofentomaten, Vitaminbooster für Langschleerinnen, kriegt man nicht die Junge. Oh, schau mal, diese flauschige und warme Wärmstler, schau mal, diese flauschige und warme Wärmstler, schau mal. Guck mal, die Pflege als zyklisches Wesen, für Wensurationsexpertin, das ist das Glauben. Josia Ramos, als der weibliche Zyklis eine sogar begrafft, wenn sie an ihm tut und auslebt, dann klären sie her. 5,5 Jahre ihres Lebens verbringen Frauen mit ihrer Regelblutung, das entspricht 93 Menstruationszyklen. 5,5 Jahre. 3,5 Jahre. 300 Millionen Frauen weltweit leben gleichzeitig in ihrer Menstruation. Auf jeden Fall nicht alleine. 4,5 Jahre. 5,5 Jahre. 6,5 Jahre. 7,5 Jahre. 6,195 Bereichen. 6,209 W barely. Okay. Mirkavel. Ich schicke die Seite an. Ich benutze das Farbigeschenk, weil ich tatsächlich um die Grausche kalt zu packen. Das tut mir sehr schön. Der wunderbar weibliche Blick, diese Fotografin verflasiert. Der traumhaftesten Ort unserer Erde überfliegt. Und Augenblicke festhalten, die das Erzbruch eröffnet. Ich bin zum Beispiel hier vor der Grausche. Becker Alves, die mittelalterliche Abtei. Monse Michel in der Normandie. Oder schon mal hier Hawaii. Mit lauter Surfer im tiefen blauen Meer. Oder hier ab und ab. Heilsam aber lebendig in die Füste. Da kommt richtig guter Bestimmung auf. Du weinen. Du weinen. Du weinen. Du weinen. Nochmal du weinen. Wow. Und hier schau mal. Die Steine. Die Knieklappe. Die Wurf der Tufelkunft. Die preisgebrüllte Fotografin Maria, Marina Vernicose. Befeilt ihr Luftaufnahmklammer, indem sie weibliche Körper und strengen Geometrie vereint. So wie hier bei dem Wellenbrecher von dem kretischen Wort Swagia. Von oben gesehen ist er ein Kunstwerk immer zu blauem Wasser. Eine Frau im hohen Kleid, sonst sehe ich. Und man sich auf einem der Steine an den Lungen töten. Oder schau dir mal hier die Farbe aus Australien. Die Fahrt mit ihrem alten V-Virus durch die Dünen zum Cactus Beach am Süden Australiens. Jetzt bleibt für die Fotografin Anthem, ui unvergesslich. Sie sah zum ersten Mal die rosa Salzsee. Wow, das ist ein See. Anthem unter der Südküste von New South Wales. Von ihrer Natur und Heimatlin erzählen die Farben und Formen in ihren Bildern. Und es ist wirklich unglaublich, dass uns die Natur anschauen kann. Wie auf dem Mars Australien. Der Strand wirkt wie aquarelliert und leuchtet lebend. Und das Pastellblaue und milchige Meerwasserliebe drin, geradezu futuristischem Kontext. Dazu die drei Mann von Vanko. Die haben Figuren anziehen. Der Gesichter und der Vika. Die Bücher zu unseren Geschichten. Und damit sind wir am Ende dieser Viblioskörpern gelangt. Die Läste da. Und schnell ein bisschen nach. Und dazu vielleicht. Gute Passen dazu. Gute Passen dazu. Gute Passen. Gute Passen zu. Der Gesicht bulky. Gute Passen. Gute Passen zu. Danke an dich, dass du dir die Zeit durchgegangen hast. Danke, dass du sie verbracht hast. Ich wünsche dir jetzt oder später eine gute Nacht. Da, 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 da. Da, 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 da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017